Jutschi, Leute! Willkommen zurück zu meinem Let's Play Secret of Evermore. Und ja... Ich hab festgestellt... Hier ein Irbs, ich hab was getriggert. Und ich hab ein anderes Problem. Fraps will nicht... Äh, Quatsch, nicht Fraps. Der Emo will nicht mehr richtig. Der Typ hat gemeint, ach... Wow! Ich will nicht mehr starten und so. Und also, ja... Und da muss ich hin und her ausprobieren, Leute. Das war keins zu unterschlecken. Die Statue wurde von unserem Herr in Auftrag gegeben, um ihn zu ehren. Ziemlich großkotzig, wenn du mich fragst. Ja... Oh Gott, hässlich. Äh... Ach, ich hab keine Ahnung, was los war. Ich hoffe, das wird jetzt diesmal mit der Aufnahme... Ich hab die ganze Zeit... Äh... Such die ganze Zeit über das... Moment... Okay, weiter geht's. Die ganze Zeit hab ich versucht... Da... Weitest du Hünich mit dir? Äh... Kann ich das Hünich mutten? Okay, das ist nicht mehr dafür. Oh, danke. Ja... Also, ich werde das ein bisschen... Jetzt leveln, einfach weil... Ach, aber jetzt... Ich weiß nicht, was das... Also, ich weiß nicht. Frebs wollte nicht. Weil das war nämlich so gewesen, dass... Der Gesamt... War nichts. Bildschirm. Also... Also... Plötzlich nur mein Desktop. Äh... Es ist egal, was ich gemacht habe. Es hat einfach nicht funktioniert. Überhaupt nicht. Ich dachte, wieso ist das ein Brathähnchen? Okay. Müssen wir spielen mich jetzt verarschen, oder was? Wo ist Krach-Aura? Ach so. Ich hab nichts mehr. Okay. Okay. Na, bitte beruhig. Ich dachte schon... Da... Das wäre jetzt auch verschwunden. Ich hab alles mögliche versucht, das verdammte Ding in Gang zu kriegen, Leute. Es war nicht mehr feierlich. Dann hab ich das alles nochmal einstellen müssen. Also... Die ganze Schuhe... ...vergiftet. Oh... Okay, ich merk schon was, Leute. Ich muss durch die Bus... Moment. Was ist jetzt... Äh... Ich werd jetzt einfach... Ach kommt jetzt... Scheiß die Wand an. Ich hab jetzt keine Buslaut für euch. Ich würde jetzt ganz fleißig immer geradeaus gehen, um endlich da wiederum anzukommen. Weil ich hab einfach keinen Bock jetzt zu sterben. Und ich kann nichts irgendwas größer machen, weil ich meine Alchemie nicht richtig hatte. Und ich hab auch wirkliches Großartiges zum Heilen. Und ich glaub wohnt jetzt irgendwie mit dem Heilen. Äh... Was zeig ich hier drinnen? Oh... Ach ja, da muss ich auch noch... Was war noch so ne ganze Scheiße, was mich ange... Ja... Okay, dann... Hab ich ein paar hingekriegt, was der kleine Bildschöpfser angeht. Aber mit kleinen Bildschöpfern kann man leider nicht aufnehmen. Was wiederum dazu führte, dass sie wieder auf Großbildschöpfchen liegen. Das passierte dann wiederum. Um, das ist wieder das übliche... Ach... Boah... Ich geh jetzt mal... Boah... Ich geh jetzt einfach jetzt... Ich geh doch nicht zu nerven. Immer wieder auf dem Desktop und so. Und dann immer so die Einstellungen und sowas. Und ich weiß auch nicht was jetzt genau. Also auf jeden Fall Leute, ich bin sowas von genervt. Weil... Ich kann auch nicht großartig irgendwas anderes let's playen, außer halt über Emulatoren. Und großartigen Erfolg mit Emulatoren habe ich jetzt nicht gehabt. Okay, das geht nicht. Danke. Oder auch nicht. Schnell. Aber... Also sprich... Das ist im Grunde mein einziges Projekt, was ich jetzt hier spielen kann. Also die ganze Super Nintendo. Aber sonst habe ich gar nichts. Und ich krieg auch ehrlich gesagt... Auch... Wirklich... Äh... Äh... Keine schildige Stunde, wenn ich das... Oh... Oh... All... Wenn ich nicht dahinter komme, woran das liegt. Und ich habe immer noch nicht die Garantie, ob es jetzt funktioniert. Ich bin echt auch überrascht, dass tatsächlich das... Ich habe ja das Nestle neu installieren müssen. Dass tatsächlich auch der alte Speicherstand mit drauf war. Dass mir da keine Probleme gab. Ich habe echt gedacht, ich müsste jetzt wieder alles nochmal machen. Circa auf Evermore. Na Soulblazer glaube ich wäre vielleicht besser, wenn ich das wieder von vorne mache. Vielleicht. Und... Super Star Wars... Und... Äh... Da habe ich überhaupt gar keinen Bock mehr drauf. Und... Scheiß... Weil... Sagt mal, hört auf mit mir Ping-Pong zu spielen! Sehe ich aus wie ein Ping-Pong? Hier... Na super, ich wurde schon wieder vergiftet. Okay... Okay... Will du dies wieder? Lässt dich gleich nochmal vergiften. Ich hasse das. Ist wirklich nicht mein Tag, kann das sein? Ich muss jetzt auch aufpassen, dass ich nicht gerade in so ein Loch reinrenne, merke ich auch gerade. Ich hoffe, ich komme mal langsamer unten an. Ach, ich glaube ich renne lieber nicht. Vielleicht soll... Ah, fuck! Alter... Habe ich irgendwie Zucker am Arsch? Oder was auch immer, was Spinnen so mögen, ich weiß es nicht! Wie bin ich schneller? Komm, ich will langsam nach unten, ich will nach dem Kotzen prübeln! Oh, meine Güte! Ich will nicht... Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht... Naja, ich bin scheißegal, ob jetzt das Energie geschehen geht. Du gehst jetzt fleißig weiter, okay? Irgendwann musst du nach unten kommen. Weil du hast nichts mehr zum heilen, okay? Ich glaube Honig oder Nektar müsste dann... Ah, ja! Oh, fuck, 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 fuck! Ja... Ich proben auch nichts hin, wo ich Arsch niederfinden könnte, großartig. Aber ich habe mich auch nicht richtig umgesehen, nicht Österreich. Aber ich habe eine Entschuldigung. Ich musste diesen ganzen Raum wieder in Gang kriegen. Ja klar, du verfilterst das Viech, obwohl es direkt vor dir ist! Hier, ich habe keine Lust auf Vergiftung, kapische? Verpisst euch! Ich glaube, ich sollte vielleicht dieses Karongedöns mal holen. Oh ja! Ja, bleib stehen! Achso, er hat geblockt. Okay, jetzt... Na? Oh! Das muss man Erwin lassen! Das hat er gut gewacht. Wow! Hier ist der Felser so gelandet! Ja... So will er... Oh nö! Jetzt kommt... Jetzt kommt ihr Spratzen hierher! Oh ja! Spring mir doch nicht mit deinem Gesicht ins... Äh, ich meine mit deinem Arsch ins Gesicht, ja! Wow, 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 wow! Leute! Ich gebe auch ehrlich zu, ich habe verdammt viel Schiss... Äh, ich... Ach ja, und das Tollste ist, ich habe auch noch meinen Monitor schön verstellt, der ist die ganze Schose halt... Ich bin halt auch Problembehebung gegangen. Ich dachte auch mal, siehst du nicht, ich gehe noch ein Klösser, ich war der ganze Bildschirm riesig! Ich habe es irgendwie ja auch hingekriegt, das ist gut. Naja... Äh, es war wieder vernünftig aussieht. Es ist zwar jetzt... Ähm, kleiner als vorher, aber wem ist halt nicht mehr so riesig. Einen Moment! Man, das kann ja weiter werden. Ja, ja! Ach, ich will... Ja, ich will jetzt kaufen! Mal, mal. Ja, aber... Da kann ich ja noch was anderes machen. Ach, ey! Was bist du für ein Arschlampe? Ja... Obwohl es irgendein Grund, dass es nicht gespeichert werden will... Ja... Ja, ist ja mal dann je.